Die Sendung wurde live untertitelt. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist einen Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter. Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Tor. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit.